VDL-tragbare Power Station Solar Generator 2000 Watt für Geräte Outdoor Camping. Massive Kapazität. Mit der 2000 Watt. 4000 Watt Peak. Leistung und Kapazität verfügt diese Power Station über drei pure Sine Wave AC Steckdosen. Was erhalten Sie? 1 X 2000. 2000 W Portable Power Station. 1 X AC Netzkabel. 1 X Auto Ladekabel. 1 X Solar Ladekabel. 1 X Benutzer Handbuch. Preis etwa 1498,73 Euro.